Jo Leute, was geht ab für ein neues Video und was gegen die Woche? Ich habe früher, bevor ich in Polen aktiv unterwegs war, öfter mal im Internet wissen wollen, wo finde ich denn eigentlich Feuerwerk in Polen und wurde da nicht so recht fündig. Unabhängig davon, wie die Deutschen gesetzt sind und ob man das nach Deutschland rüberbringt, möchte ich euch hier meine Top 3 der besten Polen-Märkte, wo ihr Feuerwerk bekommt, verlinken und wir sprechen einmal kurz drüber. Nummer 1 ist der Polenmarkt in Slubice. Bevor der Bahnübergang beginnt, kommt dort eine kleine Hütte, wo ihr gutes, günstiges Feuerwerk bekommt und da die Auswahl aber leider nicht so groß ist, springen wir gleich weiter zu der Top 2. Und zwar ist es der Polenmarkt Hohenwutzen. In Hohenwutzen würde ich euch empfehlen, bei Wikow vorbeizuschauen, ein Polenmarkt direkt im Zentrum neben der Araltankstelle und zu guter Letzt Top 3 ist Funke Feuerwerk hier. Ich habe euch alle Koordinaten unten in die Videobeschreibung reingetan. Falls ihr Weiseres über die Polen-Märkte wissen wollt, dann schaut gerne auch nochmal unten in die Infobox und checkt bleibpikomatisch.shop ab. Dort habe ich euch unten auch einmal den Link in die Videobeschreibung getan. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Schreibt mir gerne eure Favorites unten in die Kommentare, wo ihr ein Polen Feuerwerk kauft. Ich spreche mich frei von der Haftung für die Exportierung von Feuerwerk aus Polen nach Deutschland. Wenn ihr dort weitere Informationen braucht, kontaktiert gerne den Zoll oder die Bundespolizei, um weitere Informationen zu erhalten. Das war es von mir. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bleibt programmatisch. Bis zum nächsten Mal. Euer Pyronews. Und ciao. Outro